Verknotete Halsketten, zerkratzte Ringe und Ihr Lieblingserbstück ist mal wieder unauffindbar? Schluss mit dem altbekannten Problem. Diese schicke Schmuckschatulle schafft Abhilfe. Schon das Kästchen selbst ist ein echtes Schmuckstück. Die exklusive Krokolederoptik kann sich als dekoratives Wohnaccessoire sehen lassen. Die exquisite Ausstattung mit Gummizugtasche, Haken, Ringrollen, Ohrring und Kettenfächern bietet jede Menge Ablagemöglichkeiten. Darüber hinaus ist Raum für größeren Schmuck wie Uhren, Broschen oder Armreife. Ein gutes Schmuckkästchen zeichnet sich auch durch einen eingearbeiteten Spiegel aus. Deshalb darf dieser hier natürlich nicht fehlen. Das besonders weiche Innenfutter sorgt für eine schonende Aufbewahrung Ihrer Juwelen und schützt deren Material vor Kratzern. Die lästige Suche nach dem zweiten passenden Ohrstecker hat auch ein Ende. In den separaten Fächern bleibt alles ordentlich und griffbereit. Den Deckel können Sie getrost offen stehen lassen, denn die Fließabdeckungen schützen Ihre Ketten zuverlässig vor Staub. Spielt Ihr Nachwuchs aber zu gern mit Mamas Schmuck, schließen Sie das Kästchen sicher mit dem beiliegenden Schlüssel ab. Ihre persönlichen Schmuckstücke verdienen eine angemessene Aufbewahrung. Diese schicke Schatulle bietet dafür ausreichend Platz. Greifen Sie jetzt zu! Dein Untertitelung des ZDF für funk, 2017